Grand Lister Immer wieder körperliche Misshandlungen einstecken müssen, wenn der Vater alkoholisiert war. Wilfries Mutter schaffte dann die Trennung von seinem Vater und die Situation entspannte sich für die Kinder. Doch leider war diese Entspannung nur von kurzer Dauer. Wilfries Mutter lernte einen neuen Mann kennen. Am Anfang der Beziehung war der neue Partner ein väterlicher Freund, der sich mit allen gut verstanden hatte. Später jedoch soll dieser Wilfried und seine Schwester in der Pubertät missbraucht haben. Wilfried sagte später aus, dass diese Misshandlungen zum Beispiel an Sonntagen geschehen waren, während seine Mutter in einem Bochumer Krankenhaus arbeitete. Später zogen Wilfried und seine Mutter zu ihrem neuen Lebensgefährten, einen Landwirt nach Bad Lipspringe. Wilfried begann eine Ausbildung zum Hundeführer bei der britischen Rheinarmee. Diese brach er jedoch ab, um auf den Hof helfen zu können. Im Jahre 1991 lebte Wilfried mittlerweile alleine. Seinen Lebensunterhalt bekam er vom Sozialamt. Er lernte eine Frau namens Michaela kennen und die beiden begannen eine Beziehung. 1994, also drei Jahre später, lernte Wilfried eine Frau aus Paderborn kennen, die er dann im Sommer heiratete. Die Beziehung zu Michaela bestand jedoch die ganze Zeit über weiter. Die 22-jährige Michaela zog sogar mit in die gemeinsame Wohnung des frisch getrauten Ehepaars und beteiligte sich mit Wilfried zusammen an Straftaten gegenüber der Ehefrau. Beide haben zusammen die Ehefrau von Wilfried in ihrer Wohnung in Paderborn-Benhausen misshandelt. Verwandte der Ehefrau konnten das gequälte Opfer am 21. September 1994 befreien. Sie musste Qualen über sich ergehen lassen. Zum Beispiel wurde sie mit Boxhandschuhen verprügelt oder mit einem heißen Föhn gequält. Die Ehe wurde geschieden und 1994 kam sein erstes Kind zu Welt, zu dem jedoch kein Kontakt besteht. 1995 verurteilte das Amtsgericht Paderborn Wilfried aufgrund gefährlicher Körperverletzung und Freiheitsberaubung zu einer Freiheitsstrafe von zwei Jahren und neun Monaten. Seine ehemalige Lebensgefährtin Michaela erhielt eine Freiheitsstrafe von einem Jahr auf Bewährung. Nachdem Wilfried wieder aus dem Gefängnis entlassen wurde, lernte er Angelika W. kennen und die beiden heirateten im Jahr 1999. Angelika wurde am 21. Januar 1970 in Herford geboren. Sie wuchs auf einem Bauernhof in Lockhausen auf und war als Kind sehr tierlieb. Mit einem IQ von 120 ist sie überdurchschnittlich begabt. Wilfried hingegen hat nur einen IQ von 59. Angelika zeichnet sich durch ein sehr gutes Gedächtnis und ein hohes Pflichtbewusstsein aus. Da Angelika auf dem Bauernhof aufgewachsen ist, musste sie sehr früh und auch sehr viel mit anpacken und arbeiten. Dadurch konnte sie keine richtige Bindung zu anderen Kindern aufbauen und hatte auch nie eine beste Freundin, wie es andere Kinder haben. Auch hat sie sich nie etwas gegönnt und ihr ganzes Geld zur Seite gelegt und gespart. Nach dem Realschulabschluss hat sie eine Gärtnerlehre abgeschlossen. Es haben sich nicht viele Männer für Angelika interessiert, aber sie hat das Interesse eines Mannes, der aus dem Iran stammt, geweckt und wurde auch mit diesem Mann das erste Mal intim. Angelika war zu diesem Zeitpunkt sehr gutmütig und gutgeläubig und lieh diesem Mann 5000 D-Mark. Danach hat sie ihn nie wieder gesehen. Nach dem Tod ihres Vaters wurde Angelika immer wieder von ihrer Mutter gedrängt, sich endlich einen Mann zu suchen. Angelika fing dann an, Kontaktanzeigen zu lesen und zu durchstöbern, sodass sie dort eine Kontaktanzeige von Wilfried fand und auch auf diese antwortete. Bei ihrem ersten gemeinsamen Treffen war Wilfried bereits hoch verschuldet. Er arbeitete zu diesem Zeitpunkt als Hausmeister bei der Bahn und Angelika fing direkt bei ihrem ersten Treffen davon an, Wilfried alles über ihre Ersparnisse zu erzählen. Für Angelika war diese erste Begegnung Liebe auf den ersten Blick. Händchen halten laufen sie durch Detmold, wo Wilfried zu diesem Zeitpunkt wohnte. Sie küssen sich bereits am ersten Tag. Angelika fährt ab nun jeden Tag nach der Arbeit in der Gärtnerei direkt zu ihm nach Hause. Sie verbringen jede freie Minute zusammen. Angelika und Wilfried gibt es ab jetzt nur noch im Doppelpack. Acht Wochen nach ihrem ersten gemeinsamen Treffen kam es bereits zur Heirat. Zu dem Zeitpunkt der Eheschließung wurde Angelika bereits durch Wilfried geschlagen, beleidigt und gedemütigt. Die Aggressionen begannen ganz langsam und schleichend. Wilfried fragte Angelika zum Beispiel, ob diese Nudeln oder Kartoffeln essen möchte. Wenn Angelika ihren Wunsch nach Nudeln äußerte, wurde von Wilfrieds Seite aus stundenlang über ihre Entscheidung diskutiert, da er Kartoffeln essen wollte. Diese kleinen Streitigkeiten endeten damit, dass Wilfried mitteilte, dass er wieder nervös werde, mit den Augen zuckt und dann beginnt Angelika zu schubsen und zu schlagen. Angelika brachte im Jahr 1999 all ihre Ersparnisse von mehr als 160.000 D-Mark mit in ihre Ehe. Im selben Jahr wurde ein gemeinsames Kind geboren, zu dem aber kein Kontakt besteht. Von 2003 bis 2011 lebten Angelika und Wilfried gemeinsam als Ehepaar in der Gemeinde Schlangen im Kreis Lippe und zogen daraufhin nach Höxter-Bosseborn. Aus finanziellen Gründen erfolgte 2013 die Scheidung. Bei dieser Scheidung handelte es sich nur um eine Trennung auf Papier. Angelika und Wilfried lebten weiterhin als Paar zusammen, gaben sich jedoch ab diesem Zeitpunkt gegenüber anderen Menschen im Ort oder auch gegenüber Besuchern nur noch als Bruder und Schwester aus. Am 21. April 2016 klingelte es an der B64 an einem Haus. An der Tür steht eine dunkel gekleidete Person. Es ist Angelika. Sie teilt mit, dass sie eine Autopanne hätte und fragt, ob ein Taxi gerufen werden könnte. Gegen Mitternacht trifft noch ein Rettungswagen ein, den Angelika bereits gerufen hatte. Es geht um die Susanne F., die sich bei Wilfried und Angelika befindet. Die Notärztin hat den Verdacht auf Blutvergiftung. Susanne hat viele unbehandelte Verletzungen an ihrem gesamten Körper. Schnitte, Blutergüsse und Fesselspuren. Die Zehennägel haben sich zum Zeil gelöst. Die Haare auf dem Kopf wurden abgeschnitten, wodurch sie eine Glatze trug. Am Steißbein wird Liegefäulnis festgestellt. Susanne muss wochenlang in derselben Stellung gelegen haben. Die Ärzte können sie nicht mehr retten. Susanne stirbt im Krankenhaus. Die Ermittlungen beginnen. Im Haus von Wilfried und Angelika finden die Beamten einen Abschiedsbrief von Susanne. Es tut mir leid, mein süßer Schatz. Ich kann nicht mehr. Bevor ich ins Gefängnis gehe, beende ich lieber mein Leben. Ich liebe dich. Susi. Angelika und Wilfrieds Plan war es, Susanne in ihr eigenes Haus zu bringen und alle Schuld von sich zu schieben. Die Autopanne machte einen Strich durch ihre Rechnung und durchkreuzte ihre Pläne. In dem Haus in Höxter gibt es noch mehr solcher Briefe, wo verschiedene Frauen unterschrieben haben, dass sie sich selbst diverse Verletzungen zugezogen haben. Es wurden mindestens vier Frauen hier gefoltert. Neben Susanne F. starb auch mindestens noch eine weitere Frau. Anika wurde angekettet, da sie nachts auf die Toilette musste und Wilfried sich dadurch gestört gefühlt hat. Damit er nicht mehr gestört werden kann, wurde Anika angekettet. Angelika hat Anika geschlagen, beleidigt, verbrennt oder gewürgt, wenn die Kette Geräusche machte und das Rasseln Wilfried dann anfing zu stören. Anika verbrachte ihre letzte Zeit in ihrem Leben, gefesselt im Keller in einer Badewanne. Hände auf den Rücken gefesselt. Sie konnte durch ihre Wunden nicht mehr laufen. Der Tod erschien ihr wie eine Erlösung. Sie konnte einfach nicht mehr. Sie versuchte selbst, den Strick zuzuziehen, den Angelika ihr einmal um den Hals legte. Zum Schluss starb sie an einer Kopfverletzung und Angelika zersägte später ihre Leiche und verbrannte diese Stück für Stück im Ofen. Eine Frau, dessen Name nicht bekannt gemacht wurde, war auch eine Gefangene, ist jedoch glücklicherweise entkommen. Diese Frau berichtet von alltäglichen Gewalttaten. Wenn Angelika und Wilfried sich gestritten haben, wurde alles an der Frau ausgelassen und sie war die Leidtragende gewesen. Wilfried habe ihr dann zum Beispiel ins Gesicht geschlagen und Angelika noch Pfefferspray in ihr Gesicht gesprüht. Sie wurde wie die anderen Frauen im Haus eingesperrt. Sie wurde nackt im Schweinestall angekettet und durfte nur das Katzenklo benutzen. Diese Frauen mussten Dinge über sich ergehen lassen, die einfach zu schrecklich sind. Wie kann man Menschen solche Sachen antun? Alle Frauen haben die Liebe gesucht. Sie waren einsam. Daher haben die Frauen auf Kontaktanzeigen geantwortet, in der Hoffnung, glücklich zu werden. Fischmann, 45 Jahre, 1,86 Meter groß, humorvoll, häuslich, sucht umzugswillige See für gemeinsame Zukunft. Niemand konnte ahnen, was sich daraus entwickeln würde, auf diese Anzeigen zu antworten. Angelika und Wilfried haben mehr als 3000 Kontaktanzeigen in sechs verschiedenen Ländern geschaltet. Alles potenzielle Opfer. Es muss etwas Manipulatives von Wilfried ausgegangen sein. Einige Frauen sprachen schon nach ein paar Telefonaten von der großen Liebe. Und die Frauen wurden auch nicht misstrauisch, wenn Angelika bei ihnen als seine Schwester anrief und die Frauen am Telefon ermahnte, ihm niemals zu widersprechen oder ihn zu reizen. Unter anderem hat sich eine Frau mit einer labilen Persönlichkeit auf ihre Anzeigen gemeldet. Diese Frau erzählt später, dass sie sich nach einem Partner sehnte, nachdem die vierfache Mutter geschieden wurde. Daher habe sie auf die Kontaktanzeige geantwortet. Als die Frau das erste Mal das Haus betreten habe, habe sie direkt gemerkt, dass etwas nicht stimmt. Aber sie habe das alles mitgemacht, in der Hoffnung, wieder nach Hause zu kommen. Sie durfte kein eigenes Zimmer haben und musste in der ersten Nacht direkt neben Wilfried auf der Couch schlafen. Die Frau konnte die Annäherungsversuche in dieser Nacht von Wilfried ablocken. In der zweiten Nacht jedoch sei es zu intimen Handlungen gekommen. Die Frau wurde direkt am nächsten Morgen mit Beleidigungen überhäuft, dass sie eine Niete im Bett sei und nicht alle Wünsche von Wilfried nachgekommen sei. In dem Haus riech es muffelig und war sehr unordentlich und schmutzig. Die Frau konnte sich nicht wohlfühlen. Sie bot Wilfried und Angelika unter einem Vorwand an, die beiden finanziell zu unterstützen, durfte da herausgehen, fuhr nach Hause und hat beide nie wieder gesehen. Zum Glück. Mit dem Leben davon kam auch eine weitere 51-jährige Frau aus dem Großraum Berlin. Diese lebte in den Zeitraum August 2011 bis März 2012 in dem Haus. Sie wurde ebenso wie die anderen Opfer festgehalten und misshandelt. Vor ihrer Freilassung im Jahr 2012 fuhren Angelika und Wilfried mit ihr zur Polizeiwache, weil die Frau dort schriftlich vor Zeugen bestätigen sollte, dass sie freiwillig bei dem Paar in Höxter gelebt habe und nicht festgehalten wurde. Der dortige Polizist lehnte diese Bitte ab und schickte das Paar fort, ohne sich den Fall näher anzuschauen. Die Staatsanwaltschaft Paderborn erhob am 21. September 2016 gegen die zwei Beschuldigten Anklage, wegen Mordes durch Unterlassen. Angelika war geständig und machte umfangreiche Aussagen. Bevor sie und Wilfried geheiratet haben, wurde er bereits handgreiflich ihr gegenüber. Angefangen hat es, als er brutal ihre Arme verdreht und sie zu Boden wirft. Angelika hatte große Schmerzen und dieser Vorfall tat ihr sehr weh. Auch wenn die Schmerzen groß waren, hat Angelika die ganze Sache nur für ein Spiel gehalten. Doch bald darauf wurde alles nur noch schlimmer. Bald gibt es brutale Pferdeküsse auf ihre Oberschenkel, bis diese grün und blau geworden sind. Angelika hörte nach einiger Zeit auf, sich zu wehren und ließ alles über sich ergehen, da sie merkte, dass das Wehren Wilfried nur noch wütender und brutaler machte. Er habe sie täglich über 17 Jahre lang angeschrien. In dieser Zeit mehrere hundert Male an den Haaren gerissen und gewürgt. Mit heißem Wasser wurde sie auch mehrere Male verbrüht, die Treppe hinuntergeschmissen. Die Brüste hat Wilfried ihr blutig gebissen und auch eine Decke über ihren Kopf gelegt, sich darauf gelegt, bis Angelika ohnmächtig wurde. Diese Aktion nannte er Deckenalte. Angelika hat viele Qualen über sich ergehen lassen und doch ist sie bei ihm geblieben und hat die Schuld bei sich selbst gesucht. Sie sagte, hätte ich mit ihm richtig gesprochen, keine Fehler gemacht, beim Sprechen ihn immer angesehen, dann wäre nichts passiert. Nur wenn andere Frauen im Haus waren, hat er sie in Ruhe gelassen. Diese Zeit war für sie wie eine Art Schonzeit, die abrupt endete, wenn eine Frau das Haus wieder verlassen hatte und erst wieder begann, wenn eine neue Frau da war. Angelika erinnert sich an eine Zeit, wo Susanne nur eine Woche das Haus verlassen hat und Wilfried direkt wieder auf Angelika losgegangen ist, um ihre Brüste blutig zu beißen. Sie redete sich ein, dass sie da schon irgendwie durchkommen wird. Der Psychotherapeut Christian Lütke sagte, dass bei Frauen wie Angelika W. die Angst vor der Einsamkeit wohl größer wäre als die Angst vor der Gewalt. Bald habe sie sich mit den Taten identifiziert und mitgemacht, auch weil sie dann Macht empfand und nicht mehr nur das Opfer war. Die forensische Gutachterin Nala Saime untersuchte beide Angeklagten. Laut ihrem Gutachten habe Angelika Züge von Autismus, setzte Sexualität als Machtinstrument ein und könne kein Mitleid für ihre Mitmenschen oder Opfer empfinden. Sie sei zudem hochintelligent und extrem herrsch- und machtbewusst. Das zeigte sie auch immer wieder im Prozess, indem sie den nach ihren Regeln spielen lassen wollte. Wilfried hingegen sei der Gutachterin zufolge im juristischen Sinne schwachsinnig und daher nur vermindert schuldfähig. Seine Weltsicht sei vergleichbar mit der eines Grundschulkindes. Er sei ständig auf der Suche nach Frauen für die große Liebe. Allerdings wisse er nicht, was das eigentlich bedeutet. Schuld oder Verantwortung sind ihm nicht beizubringen, sagte die Gutachterin in ihrer Stellungnahme. Nach Darlegungen der Gutachterin Saime hätten beide Angeklagten ein für sie perfektes System entwickelt, um Frauen in die Falle zu locken. Erst beide zusammen hätten dieses System ermöglicht und ohne den jeweils anderen hätten diese Misshandlungen höchster gar nicht funktioniert. Angelika und Wilfried suchten sich demnach meist Frauen aus, die labil waren und nur wenige soziale Kontakte hatten, wie im Prozess deutlich wurde. Meldeten sich Frauen per Kontaktanzeige, auf die diese Profile nicht zutrafen, wurden diese Kontakte auch schnell wieder beendet. Die Opfer, die blieben, wurden gefügig gemacht. Sie wurden gezielt manipuliert und ihres Selbstbewusstseins beraubt. Angelika und Wilfried nahmen den Frauen das Geld, Handy oder Führerschein ab. Gab es noch Kontakte zu der Familie oder Freunde, wurden diese beispielsweise durch gefälschte SMS-Nachrichten torpediert und dann gekappt. Angelika und Wilfried werden nach fast zwei Jahren Prozess am 5. Oktober 2018 verurteilt. Angelika erhält wegen Mordes durch Unterlassen, versuchten Mordes durch Unterlassen, unversuchten Mordes 13 Jahre Freiheitsstrafe. Bei guter Führung könnte sie bereits 2025 wieder entlassen werden. Wilfried wurde wegen seines niedrigen IQs von 59 und eingeschränkter Schuldfähigkeit für elf Jahre verurteilt.